Die Fans müssen nun Geduld beweisen, denn Anna-Karina Wojtschak zieht sich für ein geheimnisvolles Projekt, für eine Zeit aus den sozialen Netzwerken zurück. Anna-Karina Wojtschak, Social Media Auszeit angekündigt. Anna-Karina Wojtschak, 30, steigt immer höher die Karriereleiter hinauf und kann sich mittlerweile über eine große Fangemeinde freuen. Auch auf den sozialen Netzwerken gibt es viele Menschen, die sich für die Schlagersängerin interessieren, so zählt sie alleine bei Instagram über 100.000 Follower. Jene müssen in der kommenden Zeit allerdings auf Einblicke in den Alltag der hübschen Blondine verzichten, denn kürzlich verkündete Anna-Karina auf der Plattform, dass sie für ein geheimnisvolles Projekt sich für einige Zeit zurückziehen wird. Statt ihr wird ihr Team die Fans jedoch auf dem Laufenden halten. Aufgrund eines neuen Projektes bin ich einige Zeit offline. Seid gespannt, es wird bald großartige Neuigkeiten geben. Auf meinem Profil wird euch in der Zeit mein Team auf dem Laufenden halten. Hashtag New Project, Hashtag Anna-Karina Wojtschak, Hashtag Secret, Hashtag Coming Soon. Natürlich ist die Neugier der Fans riesig. Denn konkret verriet die noch Ehefrau von Stefan Maros nicht, um was es sich bei dem Projekt handelt. Anna-Karina Wojtschak. Die Fans sind schon voller Vorfreude. Was hat Anna-Karina Wojtschak nur vor? Derzeit ist sie äußerst gefragt, denn in den vergangenen Wochen kündigte sie einen TV-Termin nach dem anderen an. Kürzlich war sie erst in Christin Starks Sendung Schlager des Monats zu Gast. Am 28. Mai wird sie dann erstmals im ZDF-Fernsehgarten auftreten. Und auch in der Sendung ihres Ex-Stefan Maros wird sie auf der Bühne stehen. So kündigte sie vor wenigen Tagen erst ihren Auftritt für den 23. Juli bei Immer Wieder Sonntags an. Es geht bei der Schlagersängerin derzeit Schlag auf Schlag. Nun steht anscheinend auch noch ein Projekt auf dem Plan. Die Fans sind sowohl aufgeregt und voller Vorfreude, als auch neugierig, um was es sich dabei handelt. In den Kommentaren gibt es somit ein kleines Rätselraten. Bin gespannt auf das, was kommt. Sommerhaus der Stars? Ich denke, es hat was mit dem Best-of-Album zu tun. Bin so gespannt darauf und ich freue mich schon sehr. Wir sind auch gespannt und hoffen bald mehr über dieses geheimnisvolle Projekt zu erfahren.